Hi Leute, ja, diese Woche ist die Woche 60 und das Thema ist Trans-Tagungen. Ja, jetzt mal kurz, was das ist. Das ist eine Veranstaltung für Trans-Leute, wo meistens sehr viel Information gibt, Vorträge von Doktoren oder Psychologen, halt Leute, die was damit zu tun haben, dann Diskussionen, ja, Beratung manchmal auch. Und das Wichtigste, meiner Meinung nach, die Workshops. Da kann man dann zum Beispiel verschiedene Sachen basteln oder so Rollen-Workshops, ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es sind auf jeden Fall Workshops, da weiß jeder, was das ist. Ja, und natürlich trifft man dort auch neue Leute, neue Freunde, vielleicht sogar die nächsten besten Freunde. Man weiß es nicht. Ja, ähm, okay, und ich hätte gerne, dass es mal einen Workshop gibt, wo man sich selber die Binder machen kann. Das wäre ziemlich cool, wo es dann so Anleitungen gibt und vielleicht, wo man was zahlen kann, dass man sich das selber machen kann, was dann auch ein bisschen billiger ist, weil der Stoff dann gekauft wird und so. Also, also, das fände ich cool, mal so ein Einwurf. Ähm, ja, ich war leider noch nie auf einer Tagung, aber wenn es das nächste Mal eine gibt, die nicht so weit weg ist, da werde ich auf jeden Fall mal hinschauen. Vielleicht sogar nach München, ich weiß noch nicht, aber ich glaube, es zahlt sich auf jeden Fall aus, 100 Euro für die Zugfahrt auszugeben. Also, ich hoffe es. Ähm, ja, die nächste Trans-Tagung ist in Gießen. Die ist vom 17. bis zum 19. Februar, also eh schon bald, falls wer Lust hat, hinschauen. Ähm, ja, ich glaube, das war es schon für diese Woche. Das, ähm, nächste Woche das Thema ist Body Modifications. Das ist, ähm, Piercings, Tattoos, so, ja. Ähm, sehr interessant, weil ich überlege, mich gerade mit einem Piercing zu machen und vielleicht setze mich dann nächste Woche schon mit einem. Ich verrate aber nicht wo. Ja, ähm, okay, dann ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zur nächsten Woche. Tschüss.